Blockfest, unendliche Liebe Blockfest, es ist das die Richtige Und bis dahin taht, dann ist es das die Richtige Get you come, takt alles über den Blockfest, gib mir dir Auf der linken Seite bei mir Bernhard Anacic Auf der rechten Seite Milo Cilic Die Regeln sind geklärt, wir spielen drei Minuten Und wir sagen, los geht's Ist das nicht so weit? Ist das nicht so weit? Nichts so weit Ok Ja, das ist der letzte. Ein Ries! Du bist schon, du bist schon! So, der ist der Rest. Null. Ui, nicht über der Linie. Na! Der war wirklich drin. Na! Das ist der Patient. Das wusste man so. 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 Ja, wir sind jetzt. Ich bin da, wo die Wiener sind. Sehlsam. Ui! 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 So, herzlich willkommen zum zweiten Klitschikogel. Zu meiner Linken. Stefano Sardanovic. Zu meiner Rechten. Simon Kasperlmeier. Den Verlierer ringt. Wie immer folgendes. Wie kennst du die Regeln? Du fang ihn noch. Ui! Ui! Fang ihn noch. Entschuldigung. Ui! 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 Bist du es gern! Ui! 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 Uit! Naa! Ui! Das ist wirklich Manipulation. Ich hab Chancen. Ich muss verwerten. Wow! Nein! Was war das? Ja! Das gibt es nicht. Bumm, bumm, bumm! Ich hab jetzt gefeuert. Bereit? Ja, ja, ja. Komm du, ey, ey, ey! Komm, du, ey, ey! Komm, du, ey, ey! Nein, 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 der braucht! Der wird weg! Nein, der wird weg! Schüttel, der wohin! Ja, drinnen! Ja, drinnen! Schüttel, der sagt ihm! Ich schüttel, der sagt ihm! Ich schüttel, der sagt ihm! Nein, nein, Video, schüttel! Ich schüttel, der sagt ihm! 10 Sekunden noch! 1, 1! Wo ist denn? 1, schüttel, der sagt ihm! Der, der sagt ihm! Woah! Schüttel! Schüttel! Die Beine wieder aus! Und aus! Nein, heul! Das ist doch oben! Was war's? Ich schüttel! Ich schüttel! Du, die Hände über den Kopf, du schüttel! Schüttel! Du, die Hände über den Kopf! Ich schüttel! Das war's? Ich schüttel! Das ist ein Wahnsinn! Nein, nein! Doch, doch, das schauen wir uns hier nochmal an! Das ist ein zweites Video! Warte, ich muss das mal probieren! Ah! Das ist echt gut! Ja, und dann kannst du das Kibbeln! Wow! Das ist voll, ey! Ja, da ist der Kibbeln! Ja, da kann ich mir das Eis drücken! Und basta!